TikTok, rechts, Hund, Netflix, schwierig, Tinder. Marketing Management ist ein sehr kreativer Studiengang und ich kann mich dort sehr vielfältig, kann ich eigentlich sehr vielfältig arbeiten, ich kann verschiedene Berufsfelder später machen, ich kann auch sehr viel im Online-Bereich und im Medienbereich machen und das war für mich einfach ausschlaggebend, weil ich halt eben Medien, Kreativität und Vielfalt verbinden kann. Ich würde gerne irgendwann in Social Media Marketing gehen, in einem großen Unternehmen und dort dann auch die Abteilung leiten. Ja, im Social Media Marketing ist es natürlich so ein bisschen schwieriger als den großen gesellschaftlichen Mehrwert zu finden, aber ich denke, es wäre sehr cool, wenn ich als Brand offen kommunizieren kann und ehrlich kommunizieren kann, viele kreative Konzepte veröffentlichen könnte und damit eben andere inspiriere oder auch einfach unterhalte. Ich finde es total cool, also ich wollte auch schon sehr, sehr lange in den Niederlanden studieren und ich finde, das niederländische Studiensystem hat einfach so viele Vorteile, man kann so viel besser die Praxis mit der Theorie verbinden, die Kultur ist was ganz anderes hier und ich sehe ganz, ganz viele Vorteile in dem System und sehe auf jeden Fall, dass es ein riesiger Benefit für mich letztendlich war und würde es jederzeit wieder tun. Also da kommt eine ganz tolle Zeit auf viele von euch zu, also wenn ihr plant, hier zu studieren, werdet ihr es nicht bereuen, ihr werdet eine tolle Zeit haben und ich bin auch superglücklich, es getan zu haben und kann auch selber sehen, wie ich mich weiterentwickelt habe und das ist immer wieder faszinierend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.